Hallo zusammen und herzlich willkommen in einem ganz anderen Format. Jan und ich telefonieren gerade über Zoom miteinander und zwar hatte Jan gerade eine, wie ich finde, sehr schöne Idee und zwar wollen wir so einen kleinen Jahresrückblick mäßig irgendwie machen. Jeder von uns hat gerade zehn Bilder im Gepäck, die wollen wir jetzt einfach gemeinsam durchgehen. Die sind jetzt, glaube ich, nach Datum sortiert und die Idee ist, so ein bisschen was darüber zu erzählen und sich so ein bisschen auszutauschen. Hallo Hermann erstmal. Schön, dass du da bist. Genau und ihr könnt daraus bestimmt was mitnehmen. Wir werden auch die ganzen Exifs zeigen und auch viel dazu zu den einzelnen Bildern erklären, sodass ihr vielleicht ein bisschen auch was für euch und eure Fotografie mitnehmen könnt. Ja, damit würde ich sagen, starten wir direkt und ich gucke mal auf den anderen Bildschirm. Jetzt sieht es so aus, das würde ich euch nicht angucken. Aber du, dann minimiere ich uns hier und Hermann, dieses Bild ist, glaube ich, von dir, richtig? Genau, das erste Bild. Ich glaube, es ist aus dem Februar. Ich glaube, wir haben beide kein einziges Bild aus dem Januar dabei. Ein Foto aus dem Februar, welches ich aus dem Schlafzimmerfenster aufgenommen habe. Es war so der erste einigermaßen warme Tag und ich habe die ganze Zeit hier beim Lüften gehört, dass eine Amsel irgendwo gesungen hat und bin so ein bisschen von Fenster zu Fenster gerannt und habe geguckt, sie irgendwie zu finden und habe irgendwann gesehen, dass sie auf der Spitze von so einer kleinen Nachbarscheune hier saß. Im Schatten, die Wand dahinter, wiederum ein Wohnhaus, war allerdings noch in der letzten Abendsonne angeleuchtet und man könnte deswegen die Amsel relativ cool so vor dem Hintergrund irgendwie sehen. Und die habe ich so fotografiert. Ich stand so halb auf dem Bett und irgendwie auf einem Stuhl und habe durch das gekippte Dachfenster so raus fotografiert und habe da mit allen möglichen Sachen irgendwie rumexperimentiert. Das war meistens irgendwie aber nicht spannend genug und weil da so eine Lichterkette hing, habe ich die dann noch eingeschaltet, so zusammengeknüllt und quasi in dieses Fenster geschmissen und dadurch, die Lichterkette durch das offene Fenster hindurch, diese Amsel fotografiert. Hat irgendwie in Heidenspaß gemacht und ja, war für mich so ein bisschen der Frühlingsanfang, dieses Foto. Richtig cool. Ich finde, wenn man nicht weiß, dass das jetzt irgendwo in der Stadt entstanden ist, ist das hier für mich ein See. Und dahinter, ich sehe auch Rohrkolben oder so. Das ist ganz spannend. Ich sehe nichts davon, was du quasi gesehen hast. Und davor sind einfach irgendwelche Motive, die ich überhaupt nicht einordnen kann. Finde ich ein unglaublich schönes Bild. Und so eine gewöhnliche Amsel hat ja auch was. Ich meine, in der Ferne ist es auch schön und dieser exotische Reiz finde ich auch super. Aber das so aus dem Schlafzimmerfenster zu machen, hat für mich auch irgendwie was sehr, sehr Schönes, muss ich sagen. Cool. Ja, ich mag das auch. Diese gerade Kante, die direkt über der Amsel ist, das ist die Dachrenner. Also das Weiße ist die Wand, dann kommt die Dachrenner und oben sieht man auch so ein bisschen noch die Dachpfannen. Aber ja, das ist so typisch. Wenn man das nicht weiß, dann sieht man es auf jeden Fall nicht. Diese ganzen Punkte, die da so drin sind, das sind mit Offenblende gemacht, aber bestimmt auch mit Zweifachkonverter. Wobei, weiß ich auch nicht. Steht das da irgendwo? Also du hast es auf jeden Fall, also eine Viertausendstel, Blende 2.8, ISO 1000 und mit dem 400.2.8 gemacht. Aber nur 400.2.8, ne? Und eine Zweifachkonverter tatsächlich. Genau. Also man könnte jetzt natürlich sagen, mit 2.8 ist offensichtlich nur mit dem 400.2.8, aber mit unserer komischen Konverterkombination, mit diesem Adapter, zeigt er dann trotzdem 2.8 an. Schön. Diese ganzen Bubbeln übrigens, die da so drin sind, das ist sowas, das kriegt man nicht weg. Das ist irgendwie Staub in der Linse. Also wenn ihr das auch habt, ich glaube nicht, dass das am Sensor liegt. Ich glaube, das ist irgendwo im Objektiv. Naja. Na gut. Nächstes Bild. Du darfst weitermachen, Hermann. Oh, oder ich, also ich kann ja vielleicht auch erstmal, ich kenne diese Bilder ja irgendwie, aber wenn man sie nicht gemacht hat, ist es ja auch noch immer schöner, darüber zu reden. Finde ich unglaublich cool. Also dieser Regenbogen da drin, Wahnsinn. mag ich richtig gerne, ja. Das war bei mir auch so ein Bild, was so richtig, in dem Moment, als ich es dann am Computer gesehen habe, war es so ein richtig Ja-Moment in mir ausgelöst hat. Zu diesem Foto gibt es auch ein Video auf diesem Kanal. Ich habe insgesamt drei Videos gemacht an genau dieser Vogelfütterung, wo ich erst gezeigt habe, wie ich es aufhänge, wie ich dann angefangen habe zu fotografieren und das dann jetzt quasi zum Abschluss gemacht habe. Oder sogar ein viertes Video war das, glaube ich. Und hier in diesem Fall steht eine Kamera auf dem Stativ mit einem 50-Millimeter-Objektiv direkt vor dem Ast und wird von mir mit einer Funkfernauslösung fernbedient. Ich sitze irgendwie 10, 15 Meter weiter an einem Baum gelehnt, schön in der Sonne und jedes Mal, wenn ein Vogel landet oder wegfliegt, in diesem Fall ist es, glaube ich, auch eine Kohlmeise, dann mache ich einfach Dauerfeuer. Und da ist wirklich reges Treiben, was bedeutet, dass man ganz klein viele Bilder macht. Also es waren immer, damals hatte ich die große Speicherkarte noch im Einsatz, immer so, weiß nicht, 10.000 Fotos oder 15.000 Fotos, weiß ich nicht genau, pro Tag. Und sie dann, ja, am Computer durchzugucken, da ist natürlich fast nur Schrott dabei. Aber wenn plötzlich dann so eins dabei ist, hat mich auch sehr gefreut. Richtig cool. Was, also hätten dir da 40 Bilder was gebracht? Das ist mit der R5 gemacht oder? Ist mit der R5 gemacht, ja, wahrscheinlich. Also ich hatte viele Bilder mit offenen Flügeln, wo dann aber meist irgendwie noch ein Flügel hinter dem Kopf ist oder so. Oder auch dann die Sonne, die ist ja jetzt genau gerade hinter dem Vogel, ein bisschen zu sehr durchguckt. Also ich glaube, mehr Bilder die Sekunde wären da tatsächlich besser gewesen. Weil man fragt sich ja immer, ja, 20 Bilder pro Sekunde, das muss doch ausreichen. Und ich finde, bei solchen Momenten, das sind mal Bilder, wo 40 oder auch 60 oder auch 100 Bilder pro Sekunde einen richtig großen Unterschied machen würden, weil man halt nicht so viele Anflüge hat und der eine muss dann quasi perfekt passen. Und dass jetzt hier gerade die Sonne so dahinter kommt, das Ausfrist stört, finde ich nicht. Aber du hättest wahrscheinlich viel mehr Bilder, die nochmal ganz anders gewesen wären, hättest du 100 Bilder pro Sekunde gehabt. Und Rolling Shutter sieht man ja auch nicht, ne? Von der R5, ich meine, schneller geht es ja fast nicht. So ein ganz kleines bisschen. Oder hast du da Probleme gehabt? Ja, ganz kleines bisschen genau in den Flügelspitzen. Also ich habe das vor allem gemerkt, ich hatte am Anfang mit noch mehr Weitwinkel unmittelbar vor dem Zweig fotografiert. Da hatte ich Rolling Shutter Probleme. Aber je weiter man weggegangen ist, desto weniger wurde das ein Problem. Wobei man sieht es ja auch in den Flügelspitzen schon so ein bisschen, ne? Trotz ISO, äh, trotz einer Achttausendstel Sekunde, tippe ich mal, ähm, Achttausendstel Sekunde, ja, ist da trotzdem ein kleines bisschen Unschärfe drin. Also auch das wird in vielleicht hoffentlich naher Zukunft dann noch besser gehen. Mal gucken. Ja, aber richtig cool finde ich, dass es mit 50 Millimeter gemacht worden ist. Ich finde, eigentlich denkt man ja immer, dass solche Bilder mit 400, 800 Millimetern gemacht worden sind, dass man diesen Effekt mit 50 Millimetern hinkriegt und dann der Hintergrund vor allem noch so, ja, präsent ist. Das finde ich cool. Also sonst hat man ja, wie bei dem Bild davor bei 402.8, so eine ganz kleine Schärfenebene. Aber dass es sich auch lohnt, manchmal näher ranzugehen, 50 Millimeter zu nehmen und dann den Lebensraum mit einzubeziehen, das finde ich in dem Foto richtig cool. Stört es dich, dass der Vogel aus dem Bild hinausfliegt, Hermann? Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Ist mir total egal. Ich bin aber mittlerweile so ein bisschen unsicher mit diesem Stock, von dem er losfliegt. Ja. Der da so hoch geht. Also ich meine, ich mag das Foto trotzdem sehr gerne, gerade auch wegen den Bäumen im Hintergrund. Aber mittlerweile steht da ein dünnerer Stock und ich hoffe, das jetzt im März oder so nochmal wiederholen zu können. Cool. Mal gucken. Du, du hast auf jeden Fall mehr Fotos im ersten Halbjahr gemacht. Nee, das stimmt. Beide haben es sehen. Der geht weiter, wahrscheinlich auch irgendwie im März. Das war auch einer von den ersten Frühlingstagen, wo ich dachte, ich gucke mal, ob irgendwie wieder Bachstelzen unterwegs sind oder so. War nichts. Es drohte auch wirklich doller Regen runterzukommen und ich bin da so lange ran, war die ganze Zeit auf mein Gewässer fokussiert und irgendwann habe ich mich umgedreht und gesehen, alter, riesengroßer Regenbogen. Und so Regenbogen ist, finde ich ja für Naturfotografinnen und Naturfotografen sowas, was, glaube ich, alle elektrisiert. Sobald irgendwo ein Regenbogen ist, muss da drauf gerannt und fotografiert werden. Und ich habe gesehen, dass, ja, ich weiß gar nicht, 200 Meter weiter oder so eine ganze Gruppe Schwäne auf dem Acker stand und einer davon quasi zu mir einzeln stand. Und da bin ich dahin gerannt, um den zu fotografieren und hatte das Problem, dass dem das aber so egal war, was ich da gemacht habe, dass er immer mit dem Kopf unten war. Ich habe also, ich weiß nicht, wie viele Bilder gemacht, wo er den Kopf unten hat und oben der Regenbogen ist und habe dementsprechend alle möglichen Sachen schon ausprobiert, scharf, unscharf und dann gesagt, okay, das nächste Mal, wenn er hochguckt, dann zitter ich mit der Kamera, was den Vorteil hat, dass man zum einen die Silhouette von der Stadt, die man im Hintergrund sieht, nicht mehr so gut sieht und auch die ganzen Leitungen von dem Strom, die oben durch das Bild eigentlich laufen, auch deutlich reduziert werden. Und irgendwie fand ich jetzt den Effekt unten auf dem Schwan auch ganz cool. Also was ist das? Ich gucke mal, eine zwanzigstel Sekunde, Blende 32 ISO 100. Ja, auf jeden Fall mutig, es so zu fotografieren. Aber es ist ja schon cool, dass dadurch alles andere quasi verschwimmt und der Schwan dadurch deutlicher herauskommt. Cooles Bild. Genau. Ich habe das auch natürlich erst einmal scharf fotografiert, aber das Foto in scharf hast du, dann musst du ja einmal gucken, dann ist das im Kasten und danach kann man dann ja rumexperimentieren. Schick. Ui, jetzt wird es farbenfroh. Auch ich darf mitspielen. Ja, auf jeden Fall ein Highlight dieses Jahr waren die Buschwindröschen. Jedes Jahr versuche ich eigentlich die irgendwie zu fotografieren. Jedes Jahr bin ich auch so ein bisschen genervt von denen, weil man sie ja inflationär dann sieht. Und dann habe ich verschiedenste Sachen ausprobiert und das ist durch das sogenannte Freelensing entstanden, indem man die Kamera nimmt und das Objektiv abschraubt und dann das Objektiv nur quasi vor den Sensor hält. Und darf man nur machen, wenn man keine Sorge vor defekten Kameras hat und auch vor allem nicht vor Sensordreck. Aber es funktioniert und dadurch kommt dann eben so ein schöner Effekt zustande, dass die Sonne sich im Rückglas des Objektivs irgendwie bricht und dann so spektakuläre Sachen rauskommen. Und bedarf einiges an Ruhe und ja auch Konzentration tatsächlich. Man muss sich da eine richtige Choreo überlegen, aber ich finde, irgendwie passt das, finde ich, zu diesem Buschwindröschen. Es ist so poppig und so, ja, so extravagant, könnte man fast schon sagen, dass es irgendwie zu dieser Pflanze passt, die dann so in millionenfacher Ausführungen im Wald steht und so dominiert einfach. Da habe ich gedacht, so ein bisschen Knall passt da eigentlich ganz gut. Mega. Ich mag das auch sehr. Also zwischen diesen ganzen Buschwindröschen, wie du sagst, die man so sieht, finde ich schlicht, dass halt so hervorwärts gar nicht dementspricht, was man sonst so kennt. Und ich habe auch jetzt schon Lust drauf, muss ich sagen, sowas wieder zu fotografieren. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, Freelancing, könnte man mir das mal vormachen. Ja. Ja, wink mit dem Zaunfall. Es gibt bald wieder einen Online-Kurs von uns, wo wir genau uns unter anderem um Frühblüher kümmern wollen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Freelancen auch wieder eine große Rolle spielen wird. Also wenn ihr da interessiert seid, dann guckt mal in der Videobeschreibung, da ist das verlinkt. Dafür müsst ihr einfach nur auf unsere Website gehen, www.zeitweise.art und dann auf Online-Kurs. Das ist dann auch hier verlinkt. Donnerstag um 16 Uhr geht's los. Da könnt ihr euch dafür anmelden und dann ist die Seite offen. Vom 12.3. bis zum 26.3. oder 13.3. bis 27.3. jeweils zwei Wochen, zwei Dozenten, Hermann und ich und zwei Aufgaben. Und diese Aufgaben gibt es auch schon. Und zwar ist die erste Woche Aqua mit Langzeitbelichtung, Spiegelung, Tropfendetails, Pfützen, Kröten, Krägen, Horizontlinien, Sonnenglitzer auf Wasser. Unglaublich viele Möglichkeiten, Wasser zu fotografieren. Und in der zweiten Woche gibt es dann eben die Frühblüher im Winter, weil das ja wirklich die ersten Pflanzen sind, die rauskommen. Also Schneeglöckchen und auch die Winterlinge kann man wahrscheinlich schon sehen. Und hier machen wir eben Kunstlicht, Freelancing, Mehrfachbelichtung, Alufolie, was auch immer das heißt, Taschentücher werden wir vielleicht benutzen. Über- und Unterbelichtung, also das perfekte Motiv quasi, um Möglichkeiten auszuprobieren. Viel Spaß auf jeden Fall damit, falls ihr dabei seid. Und ihr müsst schnell sein. Meistens sind sie sehr schnell ausverkauft. Und dann seid ihr in einer Gruppe und könnt euch dann eben selber um diese Motive kümmern und bekommt dann per Zoom ein Feedback mit uns in der Gruppe. Und von vielen anderen, es lohnt sich also da mal vorbeizuschauen. Nun aber zurück zu unseren Highlights hier. Und ja, das nächste Highlight, oh, ist auch von mir. Wir befinden uns im April. Oder was heißt von mir? Eigentlich sind das Bilder, die wir zusammen gemacht haben oder wo wir beide die Autoren sind. Habt ihr ja vielleicht schon mal von uns gehört, dass Bilder, die wir zusammen machen, also auf Reisen, dann auch uns beiden gehören. Und wir eben so verschiedenste Dinge ausprobieren. Ja, und dieses Bild haben wir gemacht. Es ist ein Flamingo und ein Spinnennetz. Ja, Hermann, wie ist das passiert? Das war der aller, allererste Morgen in der Karmark. Wir sind irgendwie am Abend davor recht spät angekommen und es hat so gedauert und man hatte dann die Reise in Knochen und so. Und ganz untypischerweise bin ich am nächsten Morgen mal früh aus dem Bett gefallen und es war alles nebelig. Und wir haben relativ schnell dann die Sachen gepackt und sind eben an eine Stelle gefahren, von der wir wussten, wir können da ... Du hast mich erst mal geweckt, ne? Ich habe mich erst mal, ja genau. Und ja, dann sind wir da halt irgendwie rumgeeiert und so. Und es ist natürlich der erste Morgen total überwältigend, überall Tiere und so. Und als wir da so ein bisschen rumgelaufen sind, haben wir eben gesehen, dass durch den Nebel und die ganze Feuchtigkeit in der Luft alle Spinnennetze superschön zu sehen waren. Und genau, relativ bald haben wir uns dann beide vor das gleiche Spinnennetz gehockt und alle Flamingos und alle Tiere, die dahinter irgendwie von links nach rechts gelaufen oder geschwommen sind, fotografiert. Und was ich an dem Bild halt so schön finde, wir haben wirklich viele von diesen. Aber was ich so phänomenal finde, ist, dass dieser eine prägnante Tropfen genau an der Stelle ist, wo das Auge vom Flamingo säß. Also ich mag das nach wie vor so, so gerne, das Bild, richtig schön. Ja, und da fragt ihr euch jetzt, hey, das gehört euch beiden, alter, einer hat da drauf gedrückt. Aber das ist tatsächlich eine Kooperation, weil sonst dieses Bild nicht entstanden wäre. Hermann zum Beispiel hat jetzt in diesem Fall das Spinnennetz entdeckt und gesagt, boah, Spinnennetz und Flamingo, das wäre doch was. Und dann haben wir das beide fotografiert und ich glaube, ich bin dann auf die Idee gekommen, da das Auge durch ein Spinnennetz zu ersetzen. Und so sind eben zwei Ideen zueinander gekommen, die vorher niemals so passiert werden. Und deswegen ist es irgendwie komisch jetzt zu sagen, einem gehört das Bild und dem anderen nicht, weil es eben durch Zusammenarbeit entstanden ist. Ich bin gespannt, was daraus wird, vor allem in diesem Jahr, ob wir das wieder machen können. Im April fahren wir wieder in die Kammer. Mal schauen. Aber auch eins meiner, wenn nicht sogar, mein Lieblingsbild von diesem Jahr, könnte ich fast sagen. Es ist auf jeden Fall so ein Moment, wo man merkt, dass beim Fotografieren, so wie du das auch schon gerade erzählt hast, man es so kribbelt, Gänsehaut bekommt und man denkt, oh, 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 oh. Und dann sieht man es hinterher auf dem Display und denkt, oh ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Mit, was für ein Objektiv war es eigentlich? Natürlich das 100 bis 400. Du bist da mit dem Makro sogar, glaube ich, drangegangen, ne? Ja, oder mit dem 24-105 war ich da, glaube ich, zu Gange. Jo, das kann auch sein. Genau. 165 Millimeter, ja, Blende 18. Blende 18, warum? Damit man den, Cormoran, wollte ich schon sagen, den Flamingo überhaupt dahinter sieht, bei Offenblende, was ja immer alle wollen und ganz wichtig ist, dass man Offenblende hat, würde man den Flamingo einfach nicht sehen. Deswegen Blende 18. Ja, richtig cool. Ui, weiter geht's, wir bleiben in der Kamark. Ein Foto, was ihr vielleicht hier auf diesem Kanal auch schon mal gesehen habt und zwar in dem, wir haben drei Kamark-Videos gemacht. Ich glaube, in dem ersten davon berichten wir von diesem phänomenalen Abend, den wir da hatten. Das ist jetzt an einem großen Itong, wie sich das da immer nennt, also so ein boddenähnlicher See, total flach, riesengroß, an dem wir mittags schon zum Fotografieren waren, festgestellt haben, dass das Hitzeflimmern viel zu groß ist, um die Flamingos da, die so weit draußen stehen, irgendwie zu fotografieren. Dann sind wir abends nochmal hin, eigentlich aber auch nur, weil, glaube ich, also der Wetterbericht sah richtig doof aus und wir wollten, glaube ich, zu einem Restaurant, das hatte zu und ach komm, fahren wir noch woanders hin. Ach komm, dann biegen wir hier nochmal eben ab. Wir sind dann da eben hingefahren und dieser Abend hat sich dann wirklich so phänomenal entwickelt. Sieht man im Video, so einen Sonnenuntergang habe ich, weiß nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Und das eben gepaart dann mit einem Regenbogen und Flamingos, die angeschienen wurden von der Sonne. Unfassbar. Da sind wir auch richtig freigedreht. Das ist jetzt hier auch wieder mit dem 402.8. Das hätte übrigens nicht funktioniert mit dem 100 bis 400, habe ich auch versucht, aber da brauchte man tatsächlich 402.8, damit dieser vordere Bereich so schön unscharf wäre. Also dieses Objektiv hat auch Grenzen. Hier braucht man tatsächlich das 402.8 und man fragt sich, hä, warum sind die denn so hell? Dahinter war halt die Regenwolke, also hinten quasi der Regenbogen mit den Regenwolken und im Rücken ist die Sonne untergegangen. Und zwar auch nur durch so einen ganz schmalen Streifen. und der hat quasi gerade gereicht, um die einmal komplett anzuleuchten. Wirklich eine krasse Szene einfach. Ja, Hammer. Und ich bin auch so froh, dass irgendwann nochmal einer geguckt hat. Ja. Du hast auch noch ein ähnliches Bild irgendwann gemacht, das finde ich auch super schön. Da stehen nur zwei, die gucken. Weil, ja, aber hier, ich meine, immerhin guckt der eine. Beide Bilder sind cool und ich weiß nicht, die Szene, habe ich noch so in Erinnerung, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich da denke. Super schön. Cool. Cool. Weiter geht's. Na. Ach, auch in der Kamark. Viele Lieblingsbilder in der Kamark entstanden. Eine Amsel, könnte man erst mal denken. Auf dem Dach von Nachbarn. Vor einer Lichterkette. Genau. Auch ein Moment, wo wir ganz untypisch sehr, sehr schnell wurden auf einmal. Meistens passiert alles in absoluter Ruhe und auch Entspannung. Dieses Bild ist mit viel Rennen entstanden. Das ist nämlich eine Blaumerle. Ein spektakulärer Vogel, komplett blau in der Kamark, auch sehr, sehr selten. Und wir haben gesehen dann, dass an diesem Abend der Mond aufgeht. Und dann sind natürlich aber eigentlich kein Licht mehr da. Wir haben wieder viel zu lange fotografiert. Und dann kam auf einmal dieser Mond raus. Und ja, dann kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen, dass eine Blaumerle vor einem Mond sitzt. Das würde ich mir niemals vorstellen. Und wenn dann die Chance passiert, dass das klappen könnte. Ich weiß, dass ich so Adrenalin geladen dann war und wieder rumgerannt sind, wie die Irren, weil die dann immer wieder von einem zum anderen Stein geflogen ist. Und wir irgendwie versucht haben, dass sie genau da landet. Und dann landet sie da, fängt an zu singen. Und man hat wirklich so eine halbe Sekunde, wo das passiert. Das war schon richtig krass. Ja, auch 402.8 mit Zweifach-Extender. Und ich weiß noch, dass ich mich, ah, mit dem RF Zweifach-Extender tatsächlich. Wer sich fragt, wie das geht, man muss da ein bisschen basteln, aber es geht. Aber da hätte ich gerne ein neueres Objektiv gehabt mit besserem Bildstabby. Weil es ist schon super dunkel gewesen. Und ich weiß gar nicht, guck mal, hätte ich auch, hätte ich, habe ich falsch fotografiert eigentlich, ne? ISO 200 und 160. Du, da hätte ich vielleicht mit der ISO ein bisschen hochgehen können. Ich weiß nämlich noch, dass ich das fast zu stark verwackelt habe und mir da einen besseren Bildstabby gewünscht habe. Aber wenn ich das hier so sehe, kann ich auch mal weiter mit der ISO hoch, ne? Aber wie das immer so ist, wenn es heikel wird, auf einmal, ja, muss man dann aufpassen. Ja, richtig coole Szene war das. Ich weiß noch genau, bei dieser Szene waren wir alle, sind die ganze Zeit hintereinander hergelaufen und haben die drei Objektive, waren so, weiß nicht, jeweils fünf Zentimeter auseinander entfernt, weil das geht ja nur von genau einer Stelle, dass genau die Blaumeerde vorm Mond sitzt. Ja, das war richtig cool. Ja. Mega schön. Ich habe es noch nicht bekommen. Schwupp. Oh. Ja, Mann. So, jetzt sind wir zurück in Deutschland. Man hat ein bisschen klassischeres Foto und auch ein bisschen heller als viele von den bisherigen. Ähm, ist das scharf. Muss ich erst mal gucken. Ja. Boah, es ist scharf. Oh, da wurde aber mit der KI geregelt, ne? Da wurde mit der KI nachsortiert. Der ist nicht perfekt im Fokus leider. Also erstmal geht es um den Vogel, ein männliches Schwarzkirchen ist das, welches ich für einen Objektivtest von dem 100 bis 300 fotografiert habe. Wie genau das geht, sieht man auch in einem Video bei uns auf dem Kanal, um das 100 bis 300 2, 8. Und das war in der Nähe von einem Rapsacker und ich habe die meistens halt fotografiert, wie sie im Raps irgendwie sitzen. Sie hatten da auch ihr Nest und ich war so schräg an der anderen Seite von dem Feld. Und was immer wieder passiert ist, ist, dass das männliche Schwarzkirchen, manchmal auch das Weibchen, meistens aber das Männchen, hochgeflogen ist, kurz gerüttelt hat, also in der Luft stand, auf der Stelle mit einem Flügel geschlagen hat, so für eine Sekunde würde ich sagen, um da wieder wegzufliegen. Ich habe das so interpretiert, dass damit irgendwie geguckt werden soll, ob irgendwie Feinde zu sehen sind oder so, aber keine Ahnung, warum die das genau machen. Und diesen Moment wollte ich natürlich genau fotografieren. Es war ein Tag, wo es unfassbar gerechnet hat. Es war alles kletschenass, die beiden Vögel eben auch. Und genau, hier ist das dann jetzt eben passiert, dass der Vogel einmal hochgeflogen ist und ich ihn dann einmal bekommen habe. Es ist nicht ganz perfekt scharf. Ich mag es trotzdem sehr, das Bild, weil ich die Vögel so schön finde und ich sowas vom Schwarzkirchen noch nie gesehen habe. Könnte ich mir aber vorstellen, da dieses Jahr auch noch mal ranzugehen. Nein. Cool. Ah, ganz anders, ne? Ganz anders, genau. Das war jetzt im Mai auf dem Workshop im Teutoburger Wald bei Carsten zu Besuch. Wir waren, sind frühmorgens aufgestanden, natürlich. Wir waren jeden Morgen da unterwegs und das war auch so ein Tag, da habe ich auch gedacht, oh, ich weiß gar nicht, nächsten Morgen, was machen wir denn da im Moor? Und Carsten, ach, egal, raus, wird sich schon lohnen. Das könnte Nebel sein. Also dahin gefahren, was ja im Mai wirklich bedeutet, dass man wirklich früh aufstehen muss. Ich glaube, 3.30 Uhr der Wecker oder so. Hammerhart. Da hingefahren. Alle Workshop-Teilnehmenden waren super gut drauf. Das ist ein wunderschöner Weg, der da ins Moor führt. Es war total nebelig. Links und rechts Wasserflächen, in diesen Wasserflächen eben diese abgestorbenen Stümpfe. Wir haben uns da alle aufgebaut, haben den Sonnenaufgang fotografiert und ich habe irgendwann zu jemandem gesagt, das Einzige, was jetzt hier fehlt, wäre ein Vogel, der da drauf sitzt. Kurz drauf ist ein Zwergtaucher aufgetaucht, der zwischen diesen Pfosten die ganze Zeit umhergeschwommen ist. Ich bin völlig freigedreht. Alle nur noch das fotografiert. Und irgendwann hat sich der Nebel so ein bisschen weiter gelichtet und dann kam tatsächlich eine Bachstelze an, die sich auf den, wie ich, für einen perfekten Stock gesetzt hat. Wirklich unglaublich. Genau. Die Kamera war durch den Zwergtaucher schon eingestellt. Ich habe die ganze Zeit darauf gehofft, dass sich da ein Vogel hinsetzt. Ich habe nur das Foto gemacht. Die saß da auch nicht lange. Dann ist sie weggeflogen. Und genau. Es hat sich wirklich mal gelohnt. Ich glaube, es war der letzte Sonnenaufgang, den ich dieses Jahr fotografiert habe. Habe ich aber gute Erinnerungen dran. War ein echt schöner Moment. Was ich auch schön finde, ist, dass diese anderen Stämme hier noch so perfekt angeordnet sind. Also, dass sich hier keiner überlappt. Dass die hier so schön. Allein das ist ja ein Bild für sich. Und dass man da eine Bachstelze sitzt. Boah. Ja. Ist richtig cool. Manchmal hat man auch Glück. Ist so. Ist ein glücklicher Moment. Genau. Hui. Weiter geht's. Auch immer noch Teutoburger Waldkurs. Im letzten Jahr wurden da ja noch Steinkürze fotografiert. Nächstes Jahr nicht. Das war auf jeden Fall auch so ein richtig cooler Moment. Und ich bin nach dem Kurs noch da geblieben, weil die ganze Zeit halt zu sehen, wie alle Steinkürze fotografieren und man selber macht es nicht. Dann dachte ich, ach komm, fotografiere ich auch noch mal einen Abend. Habe mich da mit Carsten hingesetzt. Das war doch für das 402.8 Video. Ja. Kann man auch. Da gibt es auch ein Video. Wahnsinn. Also genau. Im Video über das RF402.8 auch auf diesem Kanal zu finden, zeige ich, wie ich das mit Carsten da fotografiere. Carsten, der Eulenmann, dem gebührte eigentlich der größte Respekt dafür. Weil ich selber hätte dieses Foto alleine da auf jeden Fall nicht gemacht. Ich habe mich da komplett innen gemacht, das Netz gesetzt, in ein Tarnzelt gehockt und Steinkürze fotografiert. Und was hier passiert ist, dass der Steinkürze eben aus einer Kirsche auf einen Ansitzflock fliegt, zur Hälfte noch im Schatten ist und ein Teil von ihm in der Sonne ist. Und das war für mich dieses Jahr so ein richtiger Aha-Moment. Das ist mit der R3 und dem 402.8 Funk kennengemacht. Und wie der Autofokus geliefert hat, war wirklich crazy. Also das hat schon wirklich Spaß gemacht. Boah und 6400, damit das auch wirklich scharf ist. Ja. Super cool, dass nur das eine Auge zu sehen ist. Ja. Schick. Hui, dann ein Bild, was wir gemeinsam gemacht haben. Und zwar ist das an einer Hütte hier in Mecklenburg-Vorpommern passiert. Und ihr kennt das bestimmt. Diese Hütten, die einfach komplett mit Schwalben besetzt sind, könnte man sagen. Überall fliegen Schwalben herum. Und man, ja, geht hoch und sie lassen sich eigentlich nicht so richtig stören von einem. Sondern, ja, fliegen weiter in ihre Nester. Und die Sonne hat gebraten. Es war mittags. Wir sind wie immer zu spät aufgestanden. Und waren erst irgendwie um halb zwölf oder so da. Und ja, dieses Foto ist eins von mehreren Tausend, was wir da gemacht haben. Dauerfeuer aufs Stativ gestellt und gewartet, bis sie genau durch die Sonne fliegt. Und man muss natürlich natürlich fragen, was ist das, was wir hier sehen? Sonnencreme. Vorne auf der Linse. Und ein Kratzer. Und ein Kratzer. So ein Mittellinger aus beiden. Ich weiß auch immer gar nicht genau, was was ist. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall mein 24-105 ist, was so einen breiten Kratzer hat. Ja, also so ein Mittellinger aus beiden. Aber bevor ihr jetzt hingeht und euer Objektiv verkratzt, um solche Effekte zu erhalten, würde ich auf jeden Fall erst mal mit Sonnencreme versuchen. Ja, aber dass der da natürlich so schön klappt, muss man so ein bisschen mitspielen. Vorne auf seiner Linse muss man aber mit dem Finger so ein bisschen die Sonnencreme verschmieren oder auch nochmal den Kratzer so ein bisschen mit der Schere nehme ich immer ganz gern. Nein. Und dann kommt man zu diesen Effekten. Ja. Ja. Wunderbar. Auch so ein Foto, was man vor Ort überhaupt, also man hat es die ganze Zeit antizipiert. Wir haben uns auch abgewechselt mit der Funkfernauslösung. Funkfernauslösung, man ballert einfach die ganze Zeit drauf und dann, das ist so ein Foto, da weiß man vor Ort noch nicht, ob man es hat oder nicht. Genau, wieder so ein Moment, den man dann zu Hause am Computer erst entdeckt. Total cool. Jetzt kommen übrigens zwei Fotos, die am gleichen Tag innerhalb von weniger als einer Stunde gemacht wurden, Jan. Jo. Wusstest du, glaube ich, auch noch nicht. Habe ich nämlich gerade selber erst gesehen. Fang du mal an. Wir befinden uns unter Wasser und damit habe ich ja dieses Jahr angefangen und war das erste Mal tatsächlich mit Neoprenanzug im Wasser und habe auch mal diese ganzen Seen entdeckt, hatte das erste Mal in meinem Leben solche Schwimmflossen an und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und am Anfang ist da natürlich gar nichts darum gekommen. Ich musste mich erst mal irgendwie über Wasser halten. Ich hatte noch nie einen Schnorchel im Mund. Ich kam mir überhaupt nicht klar, aber nach so ein paar Mal im Wasser ging es dann tatsächlich. Ich habe auch wirklich Schiss gehabt, da über so ein Hecht zu schwimmen oder auch irgendwelche Untiefen, je weiter man runter geht. Also es ist schon wirklich nicht ohne gewesen. Und dann haben wir aber irgendwann oder habe ich da einen Hecht gefunden, der super entspannt war und mit dem konnte man wirklich alles machen. Ihm war es komplett egal, ob man da rangegangen ist, ob man irgendwie wieder weggeschwommen ist. Er stand da einfach und hat gewartet, war wahrscheinlich satt und zufrieden. Und dann habe ich mich eben über ihn gestellt und nach unten fotografiert und diese ganzen schönen Wasserpflanzen da haben dazu beigetragen, dass ich das eigentlich wirklich sehr gerne mag, weil das Motiv, also diese Streifen auf dem Hecht so schön aussehen, finde ich. Und wie diese kleinen Flossen da so abstehen, echt cool. Ja, also das war das, was ich gemacht habe. Hermann war in der gleichen Zeit ein bisschen weiter und hat, wo warst du? Ja, ich habe, ich glaube, ich habe das falsche Foto davon genommen. Egal. Ich bin am gleichen See unterwegs, wirklich nicht weit weg, allerdings an einem Uferweg. Und es war halt wirklich warm. Also wann ist das? Das war im Juni, glaube ich. Juni, Juli. Also ein richtig heißer Sommertag. Und ich bin da diesen total verlassenen Sandweg lang gelaufen und vor mir auf dem Boden saß ein Tagfaunauge, ein Schmetterling, den ich immer mal gesehen habe. Der ist mal wieder aufgeflogen, so ein bisschen gegaukelt und hat sich wieder auf den Boden gesetzt. Dann kurz die Flügel zu, ein bisschen gucken, Luft ist rein, dann aufgeklappt und sich gewärmt. Und ich habe das mehrmals versucht, dass ich so ganz langsam peu a peu an ihn rankomme, um ihn senkrecht von oben zu fotografieren. Und irgendwann saß er dann tatsächlich mal hier so auf einem Bereich, der eben komplett homogen sandig war, also in so einer Autofahrspur. Und dann habe ich ihn halt von oben erst wieder scharf fotografiert, ähnlich wie eben mit dem Schwan und dann mit einer längeren Verschlusszeit rauf und runter gewischt, um eben wieder den Hintergrund mehr auszulösen und genau ihm so ein bisschen so eine, ja, weiß ich auch nicht, so ein Gefühl zu geben, er sei aus einem Märchen. Super cool. Ja, und jetzt kommen meine ganzen Unterwasserbilder. Damit habe ich mich nämlich im Sommer beschäftigt und deswegen sind da, glaube ich, auch meine Highlights. Ich finde dieses Bild gar nicht so spektakulär schön, sondern eigentlich denke ich, ja, ist halt irgendwie ein Unterwasserbild. Und eigentlich muss halt hier ein Fisch stehen. Aber trotzdem mag ich es total gerne. Es beschreibt dieses Gefühl, was man Unterwasser hat, so schön, dass man irgendwie denkt, boah, man ist einfach in einer anderen Galaxie. Und obwohl da jetzt kein Fisch drauf ist, mag ich es irgendwie und es ist eher ein gefühltes Highlight, weil das so schön diese Stimmung beschreibt, die man da unter Wasser sehen kann. Mag ich sehr, sehr gerne. Und da werde ich dieses Jahr, denke ich mal, auch nochmal wieder hineingehen. Aber da können wir nochmal ein eigenes Video zu machen zu meiner Unterwasserausrüstung. Wir haben da nämlich das Günstigste des Günstigsten genommen. Und das geht auch. Und ja, die Ränder sind unscharf, aber trotzdem irgendwie ganz cool. Und dann das eigentliche Highlight, was dann ein paar Wochen später passiert ist, ist dieses Bild. Unglaublich, also auch unvorstellbar, dass sowas passieren kann. Das, was man hier in dem Bild sieht, ist eine Libellenlarve, die aber irgendwo in so rotem Zeug schwimmt. Und am Anfang haben wir uns gewundert, also wir waren nachts unterwegs, Hermann war außerhalb des Wassers, ich war unterhalb des Wassers und ich hatte so eine Tauchlampe. Und dann habe ich mich gewundert, was kommt hier eigentlich so alles angeschwommen? Warum sind hier überall so rote Punkte? Und am Anfang habe ich gedacht, das sind irgendwie Pflanzenpartikel oder sowas. Und dann habe ich gesehen, oh, die Pflanzenpartikel haben Beine. Das sieht man hier auch so ein bisschen vielleicht. Das sind nämlich alles rote Wassermilben. Ich bin also quasi in einem Meer von roten Wassermilben gewesen. Es waren Millionen, unglaublich viele. Und ich habe unter Wasser Gänsehaut gehabt, weil das so unglaublich schön und magisch war. Auch dazu gibt es ein YouTube-Video, könnt ihr euch angucken. Und als dann da diese grüne Libellenlarve reingeschwommen ist und diese kleinen Wassermilben gejagt hat, ich bin vom Glauben abgefallen. Und dass das dann auch noch funktioniert und die auch irgendwie alle schön angeordnet sind, ein unglaublich glücklicher Zufall. Ich hatte das danach nie nochmal. Ich habe noch einen Barsch gefunden, der das auch gemacht hat. Aber dass das in einem blöden heimischen See passiert, das sieht ja aus wie ein Alien. Ja, wirklich. Mittlerweile lebt man ja irgendwie in einer Zeit, wo man viel von CGI und so sieht und hört. Das finde ich passt da voll rein. Also auch eine Libellenlarve überhaupt mal so zu fotografieren. Schon Hammer. Und das Ganze drumherum. Also mag ich auch so, so gerne das Bild. Richtig cool. Da hat vieles gepasst. Und ich bin wirklich, ich weiß nicht, wann ich das überhaupt schon mal beim Fotografieren hatte, dass ich unter Wasser Gänsehaut hatte und Tränen in den Augen. Weil ich das so krass fand. Und auch wenn man dann so geguckt hat und sich bewegt hat und alles leuchtet. Crazy. Hammer. Geil. Ja, und dann geht es munter weiter. Ganz anders. ISO schlag mich tot. 12.800. Wir befinden uns langsam im Herbst. Ja, und das war eine Situation, die hier in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist. In Vorbereitung zu einem Workshop. Ich habe gesagt, Hermann, ich will Rote Hirsche fotografieren. Ich bin jetzt hier seit zehn Jahren in Greifswald und Prero ist nicht weit weg. Und alle haben schon hier schon in Prero fotografiert. Und dann bin ich da hingefahren und habe, ich glaube, fünf Tage hintereinander da fotografiert. Da sind einige Bilder dabei entstanden. Auch da gibt es ein Video zu, zu den Einzelheiten. Und das ist tatsächlich eine Montage, könnte man sagen. Eine kamerainterne Doppelbelichtung. Denn dieser Hirsch ist irgendwann auf diese Düne gegangen und es war so knapp. Also es könnte auch quasi eine Einfachbelichtung sein, also eine einzelne Aufnahme. Der Mond, würde ich sagen, ist eigentlich hier oben. Und was ich gemacht habe, also kurz überhalb des Bildrandes. Und was ich gemacht habe, ist eben einmal den Mond fotografiert. Oder ich glaube, nee, erst den Hirsch fotografiert. Und dann danach den Mond quasi kameraintern als Doppelbelichtung, sodass es so aussieht, als würde der Hirsch vor dem Mond stehen. Kann natürlich eigentlich nicht sein. Wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, warum ist das hier so scharf und der Mond dann auch so scharf. Das kriegt man eigentlich nicht hin. Man könnte natürlich abblenden auf Blende 50, keine Ahnung. Aber dann wäre das hier vorne nicht so unscharf. Also es sieht vorne aus wie Blende 2.8 und hinten wie Blende 32. Das kann nicht sein, also muss es eine Mehrfachbelichtung sein. Trotzdem, so als Stimmungsbild, man kann es halt eigentlich so nicht anders hinkriegen, als mit dieser Mehrfachbelichtung. Mag ich gerne. Und was jetzt spektakulär ist, ich würde sagen, man steht da in Prero mit 50 anderen Fotografinnen und Fotografen an diesen Stellen. Als ich das Bild gemacht habe, waren, glaube ich, noch drei da. Und die kannte ich. Weil halt alle dann gehen, wenn es eigentlich am schönsten wird. Natürlich in meiner subjektiven Wahrnehmung. Vorher kann man natürlich andere coole Bilder machen, wo man den Hirsch besser erkennt. Die mystischen Bilder, die finde ich zum Hirschpassen, funktionieren halt eigentlich alle dann, wenn alle abends schon bei Hirschragu in den Restaurants sitzen. Dann kann man diese Bilder machen. Ja, einfach andere Bilder, die dann ein bisschen zu späterer Stunde passieren. Richtig cool. Freue ich mich sehr drauf, nächstes Jahr auf den Workshops, um da selber sowas zu fotografieren. Ich habe übrigens eben auch schon gestutzt, weil das Foto ist mit ISO 12800, aber in der 8000 Sekunde. Da kann man natürlich auch schon stutzig werden zum Thema Doppelbelichtung. Liegt daran, dass man das zweite Foto in der Mehrfachbelichtung mit der gleichen ISO machen muss wie das erste, glaube ich. Und um überhaupt dann den Mond noch richtig belichtet darzustellen, musstest du dann wahrscheinlich auf den 8000 Sekunden gehen. Genau, also ich habe das erste Bild mit 12800 gemacht, um den Hirsch zu fotografieren. Das ist dann wahrscheinlich ein Zehntel oder sowas gewesen, weil es halt stundunkel waren. Also erstes Bild, ISO 12800, zwanzigstel Sekunde, also gerade, dass es irgendwie geht. So, und dann kommt der Mond, wie du richtig sagst, mit einer zweiten Belichtung. Man kann die ISO nicht mehr verändern. Ich brauche aber, muss unglaublich abblenden, weil sonst, oder eben die Verschlusszeit hochmachen. Und dann zeigt er einem eben die Verschlusszeit des zweiten Bildes an, des Mondes, damit er nicht überstrahlt, weil der ist crazy hell, 8000stel und so kommt es zu dieser komischen Sache hier. Ja. Hui. Gut, weiter geht's. Jetzt sind wir schon im richtigen Herbst unterwegs. Das ist ein Foto, was hier im Buchenwald entstanden ist. Jetzt auch innerhalb eines Online-Kurses. Ich glaube, das Motto oder das Thema für diese Woche war 2x2 Meter, wo wir also im Online-Kurs auf einer Fläche fotografiert haben, die nicht größer ist als 2x2 Meter. Und ich habe mich mit Pilzen auseinandergesetzt. Ich habe, als ich losgegangen bin, initial gedacht, ich zeige jetzt unterschiedliche Sachen mit Kunstlicht. Da habe ich auch in den Jahren davor im Online-Kurs schon viel zu gemacht. Mit einer Lampe von hinten, von der Seite, von unten, von oben und allen möglichen Kramen auszuprobieren. Es war richtig kühl und feucht, wie das so schön eben oft so ist im Herbst. Und ich habe da irgendwie so rumgemurkst und habe ein paar Bilder hinbekommen und so und habe irgendwann aber durch Zufall gesehen, dass in einer Pause, die ich gemacht habe, der Tee, den ich in der Tasse hatte, so stark gedampft hat, dass ich gedacht habe, oh, das ist aber doch vielleicht auch mal ein cooler Effekt. Da können wir mal was machen. Genau, man hat ja viele Fotos schon so gesehen, die halt Pilzsporen zeigen oder zeigen sollen. Und das wollte ich dann jetzt hier eben nachempfinden. Und was ich gemacht habe, ist wirklich tröpfchenweise den Tee hinter die Pilze, nicht auf die Pilze, das würden die bestimmt nicht so gut finden, sondern hinter die Pilze gemacht habe, mit einer Lampe von hinten das Ganze angeleuchtet habe. Und der ist dann, also ich weiß nicht, für ein, zwei Minuten hat der dann so Schwaden gebildet, die wirklich so aussahen, als könnten es Pilzsporen sein. Ein Foto, welches, ja, für manche vielleicht mit dieser Erklärung so ein bisschen den Reiz verliert. Für mich aber trotzdem das irgendwie zeigt, was ich da darstellen wollte. Und ich finde, wenn man offen mit solchen Effekten umgeht und jetzt nicht sagt, das sind übrigens Pilzsporen, meine lieben Freundinnen und Freunde, dann finde ich, ist das okay. Es ist halt genau wie das künstlich an sich eigentlich nichts Natürliches, was da so hingehört, passt aber für mich irgendwie fotografisch. Hast du da noch eine Tee-Empfehlung? Das war, ich glaube, immer Halswärmer von Jogi-Tee tatsächlich. Aber ich weiß es nicht mehr. Genau. Also solche Sachen, genau, passieren immer mal wieder im Online-Kurs. Hatten wir eben schon. Wenn euch das interessiert, guckt da mal vorbei. Ja. Auch wir sind manchmal selber überrascht, was im Online-Kurs so zustande kommt. Ja, wirklich. Oh, dann befinden wir uns langsam im Winter. Das Bild ist noch gar nicht so alt. Es ist hier aus dem November und wir hatten in Mecklenburg-Vorpommern den ersten Kälteeinbruch. Und ich habe vorher eigentlich noch keine großen Brachvögel im Schnee gesehen. Und dann hatte ich hier so ein paar Wochen, wo, ich glaube, zwei bis drei Wochen, wo ich das 200 bis 800 schon zum Testen hatte von Canon. Und diese Kombination aus neues Objektiv, irgendwie ist der Reiz da und auf einmal ist Schnee und dann laufen da auch noch große Brachvögel rum auf verschneiten, vereisten Flächen. Fand ich super cool. Und dieses Objektiv hat mir dieses Bild auch ermöglicht, denn ich konnte halt von 800 Millimeter rauszoomen ein wenig, glaube ich. Mal gucken. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Brennweite, naja, 742 Millimeter A. Aber mit dem Zweifach-Extender ist es dran. Das heißt, ich hatte theoretisch ganz schön viel Brennweite, also 1600. Habe dann rausgesoomt. Und ja, damit ich den hier noch so da reinkriege, ist es scharf, kann er jetzt hier laden. Er lädt nicht. Du, das ist wirklich schade, dass er nicht lädt. Aber, naja, ihr könnt es auch so sehen. Ich mag es sehr, dass diese Eisstrukturen hier noch drauf sind, dass man ein Gefühl von der Landschaft bekommt. Eins meiner Lieblingsbilder tatsächlich aus dieser Woche. Und jetzt vielleicht noch im Kontrast dazu, weil es sind nämlich noch andere Sachen passiert. Solche Sachen. Ich war hier in einem Gebiet, wo ich schon häufiger war, in Mecklenburg-Vorpommern, aber noch nie unter diesen perfekten Bedingungen. Es war der absolute Wahnsinn. Da ist über Nacht, ja, was sagt man, gefrostet. Es war Nebel da und dann hat es, hat es gefroren. Ja. Bekloppt, ja. Und so raureif gebildet, ne? Genau, und quasi alle Bäume hatten so eine Schicht an Eis und auch eine dicke Schicht. Und ich weiß, dass da ein Seeadlerhorst ist. Und dann saß dieser Seeadler auch noch an dieser perfekten Stelle über dem Horst mit diesen abgestorbenen Bäumen. Es ist, würde ich sagen, mein Zweitlieblingsbild. Man hat ja immer so emotionale Verbindungen dazu. Und ein Seeadler hat für mich so was sehr Majestätisches und passt irgendwie zu Mecklenburg-Vorpommern. Und wie der dann da sitzt in diesem Eis, so perfekt guckt. Ich mag es richtig gerne. Ja, und das ist eben mit unglaublich viel Brennweite passiert. Also 1140 Millimeter. Auch hier war es cool, dass ich rauszoomen konnte, damit ich alles quasi reinkriege. Und es ist immer noch akzeptabel scharf. Nicht perfekt scharf, aber reicht für mich, um diese Situation abzubilden. Ja. Ja, richtig cool. Was eine Szene, ey. Das hat wirklich perfekt gepasst mit dem Appetit, muss man wirklich sagen, ne? Ja, und das Schlimme war, muss ich jetzt auch mal sagen, Hermann, ich habe die ganze Zeit hier in den perfekten Bedingungen fotografiert und du warst in Dortmund, hattest kein Schnee und hast dich die ganze Zeit um die Ausstellung, die Schottland-Ausstellung gekümmert und Rahmen gebaut, was ja eigentlich auch Spaß macht. Genau, eigentlich macht das mega Spaß, aber nicht, wenn man weiß, man könnte gerade auch rausgehen und fotografieren. Ja, und das sind die perfekten Bedingungen und ich schicke dir die ganze Zeit irgendwelche Bilder von den Bedingungen, wie ich sie noch nie hatte hier. Das war natürlich gemein. Ich hatte oft ein sehr schlechtes Gewissen. Naja, aber Hauptsache, da sind schöne Sachen bei rumgekommen. Das ist doch die Hauptsache. Ja. Richtig, richtig cool. Das nächste Foto ist da auch nochmal von, aus der gleichen Woche, ne? Ich guck mal, was ich mir hier ausgesucht habe. Oh ja, das war tatsächlich am, nicht am gleichen Tag, aber ich glaube zwei Tage danach, da hat es dann schon wieder ein bisschen aufgehört mit dem Frost, aber Schnee kam und dann habe ich einen Eisvogel beobachtet, der auch mit 1600 Millimetern, das ist es glaube ich tatsächlich, 1600 Millimeter. Alter. Eben vor mir gerüttelt hat und eine Wahnsinnssituation, die man ja auch nicht so oft hat, dass ein Eisvogel direkt parallel zu einem steht und so rüttelt, dass da der Autofokus gepasst hat, dass ja auch mit der ISO und ich glaube auch eine 320. ist da auch knapp. Es hat gerade so geklappt, es ist sehr stark unterbelichtet und auch stark bearbeitet, also die Vignette ist einfach ganz geschlossen worden, sodass ich diesen dunklen Rand habe, mag ich auch irgendwie gerne ein schönes Eisvogelbild. Ja, mega. Ja. Hammer. Wie der leuchtet. Diese kleinen Punkte auf dem rechten Flügel, die habe ich so auch tatsächlich noch nicht gesehen beim Eisvogel, wie bei dem Bild und dass so ein bisschen Schneefall in der Luft ist, echt richtig richtig cool. Da hat es richtig gekracht. Da hat es richtig gekracht. Ja und damit sind wir am Ende, Herrmann. Wir haben... Sehr viele dunkle Bilder übrigens. Also wir sind aktuell, würde ich sagen, in einer dunkel und aber auch sehr weißen. Also irgendwie, es gibt keine Zwischentöne, nur schwarz oder weiß. Uns fehlt so ein bisschen grün, muss man sagen, zumindest an unseren Lieblingsbildern. Viel Regenbogen sehe ich hier oben. Viel Regenbogen. Also abwechslungsreich ist das jetzt nicht, ne? Nee. Naja, mal gucken, was soll dieses Jahr wieder dazukommen. Wir haben ja einige schöne Reisen vor uns. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, also das ein kleiner Zusammenschnitt unserer Highlights. Jeder hat zehn Bilder gehabt. Ja, Herrmann. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe Lust auf dieses Jahr und ich hoffe, ihr da draußen konntet was daraus mitnehmen. Vielleicht sieht man sich bei Workshops, vielleicht sieht man sich im Online-Kurs. Schaut da gerne nochmal nach, www.zeitweise.art. Jetzt ist es rausgekommen, wenn dieses Video erscheint, am Donnerstag um 16 Uhr. Und ja, seid schnell. Die Plätze sind meistens sehr schnell vergeben bei den Workshops. Deswegen, ja, freuen wir uns auf euch, da im Online-Kurs begrüßen zu können. So, ne? So ist das. Herrmann, du gehst jetzt auch raus. Ich gehe jetzt auch raus, genau. Ich wünsche euch allen ein gutes fotografisches Jahr. Viel Abwechslung. Genau, und hier scheint die Sonne. Ich muss jetzt leider einfach raus fotografieren. Schön. Also, dann macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.